Check, check, Mike, Mike. Mike, one, 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 Greg, Greg, Greg. Ah ja. Man kann später auch als Wort gucken, oder? Ja, 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 ja. Beziehungsweise, ich schieb's auf YouTube auch, Goldi. Muss gleich sagen, ja, ja, klar, Goldi, gönn dir. Ich schieb's dann natürlich auf YouTube. Es geht los, Leute, viel Spaß. Ich verabschiede mich bis nach dem Podcast. Let's go. Let's go. Hallo, Damen und Herren. Willkommen zum Community-Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gut. Happy Friday, everybody. Hallo, ladies and gentlemen. Willkommen zum Community-Podcast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir werden heute begleitet von einer ganz besonderen Person. Ah, gut, nicht so besonders vielleicht. for the EFT. And it's pretty common for the last podcast. Nikita! Du warst in letzter Zeit in wirklich vielen Podcasts und wir sind sehr dankbar, dass du heute hier bist. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Wir haben eine Menge Fragen und harte Fragen, weiche Fragen, metaphorisch gesprochen. Und ja, wir freuen uns. Willkommen alle. Wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit hattet. Ihr kennt mich wahrscheinlich. Wer mich nicht kennt, ich habe meine Hände in vielen, vielen Bereichen. Ich bin Sneakyro, neben mir Skizi aus Kanada. I don't know, maybe he'll explain that. You're kneeling on this one. You're kneeling on this one. One day, of course, to Geeks is right, we have Iron Fist TV. Äh, Iron Fist oben rechts in der Ecke mit seinem Blue Screen heute. Three times? Oh, there we go. You see it. Dreifacher Meister von den, äh, von den Twitch-Turnieren oder von, von EFT-Turnieren und unten links selbstverständlich die einzigartige und einmalige Sigma Chefin, Head von Evasion und auch sonst macht sie, äh, sehr, sehr viele verschiedene Dinge, primär E-Sports und ist einer der führenden Kräfte im E-Sport-Bereich bei Escape from Tarkov. Ihr wisst alle, wer sie ist und natürlich in Nikita unten rechts. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. So, again, today, actually, today, there's two more things, which I, which I do need to do. The scope of these casts here is just, you know, it's a lot of ways, it's, 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 and we have jede Menge Fragen und Informationen auch vor allem vorbereitet für euch viele Sachen, die mit Tarkov zu tun haben, aber auch viele Sachen, die wir noch selber, über die wir sprechen möchten, die wir selber noch herausfinden möchten. Vielleicht kriegen wir für das eine oder andere eine Antwort, sicher nicht für alles, aber das Ganze, was wir hier machen, wäre ohne die Emissäre, die wir haben, nicht möglich. Ihr wisst, wie es ist, also ohne die Emissäre würden solche Podcasts gar nicht funktionieren. Zusätzlich gibt es Live-Podcasts in verschiedene Regionen, die dann entsprechend übersetzen. Wir haben den arabischen Stream, wir haben den deutschen Stream, wir haben den südkoreanischen Stream, wir haben den spanischen Stream und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank für die Übersetzung und auch für das Organisieren und Mitmachen an dieser Stelle. Großartige Sache. Okay, fangen wir direkt an. Auf geht's. Eine ganz einfache Sache. Lighthouse Screenshots. Gibt es welche oder nicht? Nicht für die Öffentlichkeit. Es gibt welche. Ich habe eine und ich habe erst letztens welche gezeigt auf dem Meeting unserer Firma, auf dem Discord und so weiter. Ich habe einige Screenshots von Lighthouse gezeigt in diesen Fotos, die getweetet wurden. Einige Sachen, die schon fast fertig sind, kurz vor der Vollendung sind. Einige Sachen werden wir bald sehen. Also wir werden die Sachen auch bald veröffentlichen und ja, es wird dahin kommen, es wird dahin kommen. Wir sind kurz davor. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr spannende Sache. Herr Giggs, willst du die nächste Frage stellen? Ja. Wie ist der momentane Stand oder der momentane Stand der Entwicklung und des Progresses? Was werden wir in der Zukunft sehen? Anders gefragt. im Vergleich zu dem, was wir momentan sehen. Also wir wissen ja, was alles rauskommen wird, wie der Progress ist, wie die Entwicklung ist, die Features und so weiter. Aber was sind Sachen vielleicht, die in Zukunft kommen werden, über die ihr arbeitet, die noch ein bisschen weiter weg sind, die ihr möglicherweise uns auch hier preisgeben könnt oder du uns preisgeben kannst, Nikita? Das ist eine schwere Frage, ich weiß das. Wenn ihr euch erinnert, oder wenn ihr euch erinnert, es gibt einen ganz großen Arbeitsblock für uns. Vier Patches werden demnächst kommen und 12.12 wird ein sehr, sehr großer Patch werden, wo wirklich viele Sachen kommen, viele Örtlichkeiten, das Inertia-System wird kommen, neue Locations und alles das wird momentan getestet. alles auch in Bezug auf diese Entwicklung, aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel die EFT Arena. Ich kann momentan leider noch nicht so viel dazu sagen, weil vieles noch in der Vorproduktion ist, also im Status der Vorproduktion und im Status der Produktion viele Sachen, von Arena werden momentan sozusagen, sind kurz vor Beendigung, werden verbessert und ich denke in den nächsten Wochen ist das Material so weit, dass wir auch vorzeigbares Material haben. Das ist eigentlich schon alles, nichts Besonderes, also stellt uns gerne Fragen, stellt mir gerne Fragen, ich beantworte sie natürlich sehr, sehr gerne, aber es sind so viele Sachen, die momentan passieren. Lieber gezählte Fragen stellen. Okay, also Nikita, wie hast du, welches Gefühl hast du momentan über das Feedback der Community? Beispiel, dynamisches Loot-System, hast du das Gefühl, dass momentan die Spieler zufrieden sind über diese Veränderung, hast du das Gefühl, dass sie positiv eingestellt sind über diese ganzen Dinge, die er verändert, das Verändern des PVPs, das Looten, die Routen, Veränderung von Schwerpunkten, wie hast du das Gefühl, kommt das bei der Community an? Ja, also solche Dinge müssen natürlich gut getestet werden und wie uns die Geschichte von Escape from Tarkov gezeigt hat, sind viele Features, die wir in das Spiel einfügen, also sogar der größte Teil von diesen Features, sind nicht angenehm aufgenommen worden, viele waren nicht glücklich und das wurde nicht akzeptiert, aber vielleicht, wenn irgendwann die Zeit kommt und irgendwann genug Zeit vergangen ist, sagen auch die Leute, die dagegen sind, ja, es ist cool, also sie ändern vielleicht ihre Meinung im Laufe der Zeit, zur Zeit sehen wir halt, wie es läuft mit den momentanen Änderungen und ja, wir gucken, wie es ist, diesen hochwertigen Loot komplett zu verteilen auf den Karten, zu minimieren, die Hotspots an sich oder sogar komplett zu streichen die Hotspots, und das Ziel ist es, den guten Loot allgemein zu erhöhen, auch noch so Fokuspunkte zu haben, unser Ziel ist es, immer noch weiterhin den Loot allgemein zu erhöhen, die Hotspots sollen auch weiteren Hotspots bleiben, weil es da mehr Loot geben wird, aber es wird nicht so sein, dass wenn du zum Beispiel ein Ledix speziell suchst und vor dem Event war es so, oder es ist kein Event, es ist ein Change, ein Wechsel, kein Event, also wenn du zum Beispiel in 100 Raids, in 28 davon, hast du ein Ledix am selben Ort gefunden, immer am selben und einzigen Ort, und das ist nicht cool, das soll nicht so sein, momentan es ist verteilter, und wir wollen diesen Loot wirklich komplett auf große Areale verschieben, aber möglicherweise auf bestimmte Räume, bestimmte Locations, so dass es trotzdem darum geht, Areale als High-Focus-Punkte zu behalten, also zum Beispiel Hotspots zu erhalten, weil wir wissen, dass der High-Loot da irgendwo spunt, in einem größeren Bereich, aber eben nicht genau an einer Stelle wie sich das Ganze noch entwickeln wird, werden wir noch sehen. Kann ich in Bezug dessen, in Zuge dessen fragen, wie es mit Labs aussieht, weil wir haben Leute gesehen, die gepostet haben, dass sie wirklich sehr, sehr wenig Loot kriegen, in den High-Loot-Spots, ist irgendwas geplant, dass die Red-Rooms wieder brauchbar gemacht werden, oder wie schaut das aus? Ja, aber nochmal, es ist nicht so, dass wir Loot entfernt haben, es ist mindestens noch derselbe Loot da, wenn nicht sogar noch mehr als vorher, es hat sich nur verteilt. Also, der ganze Loot ist noch da, und momentan kriegen wir halt viel Feedback von Spielern, die halt gewohnt sind, den Loot an den und den Stellen zu finden. Sie müssen einfach das neue Prinzip verstehen und sich abgewöhnen, dass sie an eine spezielle Stelle rennen, um dort zum Beispiel das Ledix zu finden oder halt nicht. Wir müssen uns adaptieren und an das neue System gewöhnen. Ich denke, es ist eine gute Veränderung und viele Spieler, die noch diesen Hardcore-Stil von früher kennen, die spezielle Spieler haben das schon immer gewünscht, den Loot zu verändern, in verschiedenen Spots Dinge zu finden, in speziellen Ortschaften auch speziellen Loot zu kriegen. Es hat Hotspots kreiert, diese Art der Loot-Mechanik und auch Hot-PVP-Areas, also Zonen, wo wirklich viel gefeitet werden konnte. Aber wir haben das nicht so geplant. Wir haben auch nicht geplant, dass das Spiel so wird. Also das Design vom Spiel sollte nie in diese Richtung gehen. Es sollte mehr zufällig sein. Wie sagt man das nochmal? Ich spreche gerade auf Russisch. Sneaky Ru ist russischer Emissär. Er versteht jetzt auch als einziger, was er sagt. Wir machen auf Russisch weiter. also es soll offener sein, dynamischer, spannender, gerade in Bezug auf Loot, auf zu findenden Loot. Ich persönlich bin einfach dagegen, dass du diese Mechanik immer wieder nutzt, immer wieder dasselbe zu machen, repetitiv, um das Spiel zu spielen, immer wieder dasselbe, 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 dasselbe. Also so, dass jeder Raid einzigartig sein soll, was Besonderes sein soll und nicht, dass man immer wieder in den selben Stellen rennt. Genau, 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 genau. Die Reputation, wir haben das Gefühl, dass einige Leute schon gesättigt sind von diesem Reputationssystem und dass sie vielleicht auch das Ganze langweilig gefunden haben in der Zeit, also möglicherweise führt diese dynamische Loot auch zu mehr Spannung insgesamt und wieder zu mehr Freuden bei Spielern, die das Spiel schon so ausgiebig gespielt haben und nichts mehr zu erforschen haben, vielleicht entfacht das bei den Spielern auch wieder das Feuer. Was dazu kommt, sind ja noch die Events, die dazu kommen und Veränderungen, die zusätzlich dazu kommen. Also das dynamische System von dem Spiel merkt man auch, wie es immer weiter, immer größer und mehr wird. Was ihr verstehen müsst, sagt Nikita, was ihr verstehen müsst, wir sind nicht gegen euch. Wir wollen nicht euren Spielstil zerstören, sondern wir wollen den perfekten Weg finden, um einen schönen Weg durch alles zu finden. Und dazu müssen Sachen geändert werden und manchmal sind die Leute nicht glücklich darüber. Aber es könnte auch in jede andere Richtung geändert werden. Aber es geht immer darum, das Spiel zu perfektionieren, zu balancieren und so einen Ausgleich zwischen allen Punkten zu bekommen. Okay, willst du vielleicht die nächste Frage stellen? Ja, also ich habe selber nicht so viele Entwickler Erfahrungen. Viele sagen, das Spiel muss geweibt werden für die Entwicklung. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Also der Unity Engine ist eine rein technische Aufgabe. Es hat nichts mit unserer Database Architektur zu tun oder kritische Änderungen von den Codes, sondern es ist mit so einer Engine Änderung immer noch dasselbe Spiel. Wir hoffen, dass es schneller läuft danach. Wir hoffen, dass es besser läuft. Nicht sofort möglicherweise, aber die Unity Engine 2019 wird uns eine jede Menge Möglichkeiten geben. neue Wege zu gehen. Das ist unsere große Hoffnung an Unity Engine 2019. Also die grafischen Änderungen werden das Spiel definitiv schneller machen. Es wird alles optimieren. Speziell diese Veränderungen werden wir sofort sehen und weitere Veränderungen werden wir später sehen. Würdest du sagen, in puncto Grafikoptimierung an dieser Stelle noch mal Gratulation für diese Nvidia Informationen, dass es sehr enge Verbindungen zu Nvidia gibt und eine Partnerschaft regelrecht mit Nvidia. Das ist großartig. Es sieht vielleicht noch was kleinerem aus, aber ich glaube, das ist was wesentlich Größeres, als man es als Laie erkennen kann. Ich habe hier einen Freund, der nicht nur Tarkov spielt, sondern auch viele andere Programme und er sagte, das ist schon eine große Art der Veränderung, wie sich das Spiel verändern wird, wie es gerendert wird. Also, das Ganze ist jetzt circa drei, vier Monate her und wir glauben, dass die positiven Veränderungen, die wir jetzt schon erleben an dem Ganzen am Spiel, dass das jetzt schon Auswirkungen von der NVIDIA Partnerschaft sein könnten. Geht das so in diese Richtung? Also, ja, wir arbeiten sehr eng mit NVIDIA zusammen, ja, wir planen viele Sachen, wir arbeiten daran, das so früh wie möglich auch zu veröffentlichen, und zwar das DLSS soll so früh wie möglich released werden. Ich kann euch aber leider da gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, weil das ist ein Punkt, der direkt an NVIDIA geht. Es ist nicht so, dass wir einen Knopf drücken und es funktioniert, sondern die Leute von NVIDIA müssen arbeiten an der Sache und müssen das Ganze zum Laufen bringen. also das Ganze kommt von zwei Seiten. Ich glaube, dass es jetzt mit 2019 Zeit wird dafür, also Unity 2019 ist einfach eine wichtige Basis, um viele neue Systeme zu integrieren, neue Technologien einzubauen, neue Plattformen. Ist da nichts was wir wollen über diesen Thema? Otherwise Sigma take it away with the next one. See where it says how is the office yeah? Yeah, yeah, because there is a lot of talk about a lot Google hat noch eine Frage. Also es gab viele Hindernisse, die eure Updates sozusagen behindert haben, wie zum Beispiel Covid und sonst solche Dinge. Wie geht es euch momentan im Büro, also im Office? Ist alles noch beim Alten oder ist das Business komplett kaputt? Ja, es sind viele Sachen passiert, gute Sachen, schlechte Sachen, die uns daran gehindert haben, Sachen so effizient zu machen, wie wir das gerne gehabt hätten. Aber ja, wir haben uns daran angepasst und das Ganze ist schon ein halbes Jahr her, dass wir sozusagen uns wieder zusammen geraffelt haben. Viele arbeiten von zu Hause, viele arbeiten direkt aus dem Büro und momentan ist ein überwiegender Teil der Leute von zu Hause am Arbeiten von ja. und ja, eigentlich ist es momentan gut so. Der größte Teil des Entwicklerteams, wir sind über 150 Leute momentan, sind geimpft oder hatten schon eine, hatten Covid, also hatten Covid, haben die Krankheit schon überstanden, das heißt im Grunde genommen ist das Thema sozusagen genesen oder geimpft und wir sind dadurch jetzt viel effizienter geworden, wo wir das alles überstanden haben. Es ist generell so aus der ganzen Welt eigentlich, dass es überall nicht viele Meetings gibt, nicht viele Konferenzen, echte Events und das Ganze ist ziemlich belastend und problematisch. Momentan es ist halt eher eine lokale Entwicklung, also dass jeder für sich selber arbeitet an den eigenen Teams aber es ist so, dass wir für die nächsten Monate wirklich versuchen nur zu arbeiten und Außenarbeit wirklich zu machen, weil die Zeit nicht da ist, aber generell ist es super, es ist besser als vorher und ja, es ist okay. gut zu hören. Wir fragen nur, weil wir dich lieben und mögen und ja, wenn alles okay ist und irgendwas ist, wo wir auch helfen können, dann als eine Community, wir kümmern uns und wir haben Fragen und ja, wir würden auch gerne helfen, wenn was du helfen hast. der nächste Punkt ist Quality of Life Änderungen bezogen auf den Tweet auf Twitter. Was können wir erwarten, wenn du das mit uns teilen kannst? Wenn du das mit uns teilen kannst? Also ist da irgendwas, was du uns teilen kannst in Sachen QL? Also wir haben ganz aktuell darüber gesprochen und dass das so so frisch ist, habe ich das alles gerade nicht so im Kopf. Es sind viele verschiedene Features, die euch helfen werden, das ein oder andere besser zu machen, Game Interface und also generell Interface Verbesserungen. Man kann es momentan sogar nicht mal genau in Worte fassen, weil wir erst mal die Hauptpatches abwarten müssen, wie sich das alles verändert, aber einige Sachen werden kommen, 100 Prozent, 100 Prozent, aber erst nach diesen Patches. so eine Frage in Bezug auf Casuals, Gelegenheitsspieler und reguläre Spieler. So, also jede Menge oder was man wieder hört ist, Nikita ist gegen Casuals-Spieler, gegen Gelegenheitsspieler. Spiel wird schwerer gemacht und wenn es an die Hardcore-Spieler geht, passiert genau dasselbe. Nikita möchte das Spiel mehr Casual machen, also du bist gegen die Hardcore-Spieler, also die andere Seite der Münze. Wenn du dieses Spiel entwickelst und immer weiterkommst, was ist da bei euch eher im Vordergrund? Denkt ihr an das Game generell? Denkt ihr an die Hardcore-Spieler oder denkt ihr eher an die Casual-Spieler? Also erstmal, wir sind nicht gegen Casuals. Jemand, der viele verschiedene Spiele gelegentlich spielt, wir haben nicht vor, denen das Leben zu erschweren. also ich möchte relaxen, äh, oder sagen wir mal so, das Konzept eines Casuals, mal kurz was zu spielen und zu relaxen beim Spiel, dafür ist das Spiel nicht geeignet. Unser Ziel war schon immer, ein Spiel zu entwickeln, welches komplexer ist, welches den Spieler zwingt, sich anzupassen, Sachen zu lernen, Sachen zu verstehen und dadurch kommt erst überhaupt diese Idee des Casual-Players, weil es für den Casual-Spieler sehr fordernd ist, dieses Grundprinzip. wir möchten das Spiel sozusagen Spieler machen für Leute, die Lust haben, sich anzupassen und zu lernen und das spielt dann sozusagen keine Rolle, ob es Casuals, Hardcore, also intelligente und engagierte Spieler, das ist unsere Zielgruppe. jeder kann verschiedene Techniken benutzen, um zu lernen und so weiter und das Spiel für sich selber einfacher zu machen. Aber bei Escape from Tarkov ist es so, das, was ein Spieler braucht, ist einfach die Bereitschaft zum Lernen. Du musst Zeit investieren, ohne die Sachen zu lernen. Du musst googeln und Tutorials finden. Du musst Seiten aufmachen, die dir Sachen erklären, die dich da unterstützen. Du bist gezwungen, das zu machen, wenn du das Spiel detaillierter verstehen willst oder du versuchst es natürlich selber zu lernen. Also diese Elemente des Casuals sind da. Also es gibt verschiedene Sachen, Quality of Life Features zum Beispiel, die Spieler erlauben stressfrei an die ganze Sache ranzugehen. Aber generell ist es so, dass es ein Spiel ist, was man lernen und verstehen muss. Und was ist es eigentlich? Was ist mit den wiederkehrenden Quests wie Dailies, also tägliche, wöchentliche oder monatliche Quests? Ist das auch ein Quality of Life Feature? Es ist weniger ein Quality of Life Feature. Es ist ein komplett neues Features, was euch Möglichkeit gibt, was Neues zu machen, wenn ihr gelangweilt seid, wenn ihr nichts mehr zu tun habt. Es ist nicht sowas wie Quality of Life, das Feature selbst. Der Grund, warum ich das frage, denke ich, weil es könnte ja als ein Quality of Life Feature benutzt werden, vor allem für Casuals. Macht das Sinn? Also zum Beispiel so ganz kleine Nebenquests, die viele Leute interessieren könnten, die kurze Aufgaben erfüllen möchten. Ja, verstehe ich, ja. Und du hast auch irgendwo Recht damit und einige dieser Quests könnten auch sehr, sehr einfach werden, so eine Art Einführungsquests, sie könnten benutzt werden für Leute, die sich ans Quest-System überhaupt gewöhnen möchten, um schließlich vielleicht die Hege-Quest anzufangen überhaupt, die man ja gut vorbereiten muss, hier und dann. Das ist eine Möglichkeit, aber eigentlich geht es bei diesem Feature, eigentlich ist es ein großes Feature, was den Spielern eine große neue Aktivität für jeden Spieler geben soll. Etwas zu tun, immer was zu tun zu haben, also mehr in diese Richtung. Also ich denke, das könnte halt in beide Richtungen arbeiten, sowohl für Hardcore-Spieler als auch für Casuals, einige vielleicht richtig schwierige Quests, monatliche Quests, die richtig schwer sind, und einige sehr, sehr einfache Quests, die tägliche Quests sind, die man nebenbei abschließen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr guter Küstscher. Egal, ob es jetzt Quality Life ist oder nicht, wird großartig. Nächster Punkt, Hitboxes. Also wir hatten da einige Fragen, speziell Sigma hatte glaube ich auch einige Fragen zu Hitboxen. Ja, also es gab viele Screenshots von Aktionen, wo Spieler in den Rücken geschossen wurden, in den Nacken und so weiter und so fort. sozusagen komische Hitboxzonen, die nicht so ganz passen. Es ist geplant, dass man dieses Hitboxsystem generell überarbeitet, dass da was Neues kommt. Also die Entwicklung von neuen Zonen und erweiterten Hitzonen ist momentan nicht in Arbeit. Aber sie ist in Planung für die Zukunft. Wir werden die Hitzonen komplett überarbeiten. Wir werden die Rüstungs Hitzonen komplett überarbeiten. Wir werden Dinge überarbeiten, die sich auf den Schaden beziehen. Auch das wird alles komplett überarbeitet und insgesamt, also in Kombinationen sozusagen, wird das ein neues Feature geben. Es ist geplant für die Zukunft. Blacked Limbs, also komplett abgeschossene Gliedmaßen. Macht das denn Sinn momentan, dass man jetzt mehr blutet, mehr Schaden bekommt. Ist das so beabsichtigt, die Änderung? Oder ist es etwas... Nee, es war ein Bug. Es war ein Bug. Es war null Schaden auf die ausgefallenen Gliedmaßen und voller Damage auf dem Körper. Es hat die Time to Kill extrem reduziert. Jetzt arbeitet es so, wie wir es ursprünglich vorhatten. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Es gibt noch so ein paar Fälle, wo wir noch falsche TKs haben. Also Time to Kill ist hier und da noch nicht so, wie wir das möchten. Zum Beispiel, wenn ein Gegner sehr, 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 sehr wenig Leben hat, da gibt es momentan noch einige Probleme. Aber das werden wir in Zukunft noch verändern. Okay, ist da noch irgendwas in Bezug auf Hitboxen? Okay, da war noch eine Frage von Twitter und eine Frage hat sich auf Heilungssystem noch mal bezogen, ob es da eine Entwicklung gibt, dass das System überarbeitet wird. Also momentan ist ein Feature tatsächlich in Planung, wo unser Animationsteam dran arbeitet. Das ist nicht geplant in einer der nächsten Patches und es geht um eine sozusagen erweiterte Animation, die also erweiterte Animationen, die ermöglichen werden, die Gesten genauer auszuführen, Blindfire genauer auszuführen. Es gibt eine Möglichkeit gegeben, dass du ohnmächtig wirst oder dass eine Explosion dich zu Boden wirft wir arbeiten an diesen ganzen Animationen und es könnte halt was ziemlich Großes werden im Spiel, wenn es zu diesen Situationen kommt, dass man zum Beispiel ausgenockt wird, ohnmächtig wird oder jemand dich zum Beispiel looten will, während du oder lootet, während du ohnmächtig bist, dass du gelootet werden kannst, solange du ohnmächtig bist. Wir arbeiten momentan in diese Richtung und wir haben sogar einige Sachen schon getestet, also wir haben einige Demos schon, um das Ganze zu sehen, das ist aber noch in der Rohfassung, es ist vielleicht eine ganz gute Sache jetzt schon zu wissen, also zum Beispiel wir können zum Beispiel einen Schulterwechsel machen, also rechte Schulter, linke Schulter, rechte Hand, linke Hand, Waffenkontrolle, solche Veränderungen, auch mehr Animationen, um dir die Möglichkeit zu geben, dass du dich mehr in den Charakter reinversetzen kannst, also den PMC lebendiger zu machen im Spiel, realistischer zu machen, also Animationen, die das Spiel vielleicht auch mehr intensivieren, dramatischer machen, und dass du sozusagen das Spiel noch mehr füllen wirst in Zukunft. Es ist noch nicht fertig, aber wir arbeiten auch in diese Richtung. Auch Volting, also über Gegenstände klettern, ja, ja, wird kommen, ja, also wir können Volting einbauen, wir können Leitern einbauen, also Leitern besteigen, viele, viele Dinge können kommen, und dieses System ist da, es ist, es ist real, es braucht nicht eine Milliarde Animationen sozusagen, um das umzusetzen, und es wird auch nicht die Performance des Spiels zurücksetzen, also es ist eine wirklich, wirklich gute Sache, aber es ist wirklich noch in der Einführung, ich würde nicht sagen, das ist noch ganz, ganz am Anfang, aber ja, es ist noch in der frühen Entwicklung, also das könnte das Spiel komplett ändern, in viele, viele, also genauso wie das Gewichtssystem oder andere große Veränderungen, der Sound, die Soundveränderungen, große Veränderungen, ja, es ist so, es ist so, es wird viel verändern, also das Animations-Team arbeitet momentan an Waffenfehlfunktionen und wir haben drei bis vier neue Waffenfehlfunktionen, die jede Menge Animationsarbeit benötigen, jede Menge neue Animationen, also die reißen sich gerade den Arsch auf, in den nächsten Monaten, um diese hunderten von neuen Animationen umzusetzen, Softlock, Hardlock, also Klemmendeck der Waffe, weiches Klemm, hartes Klemm, Sounds in Bezug auf diese Waffenfehlfunktionen, zum Beispiel eine ganz einfache Sache, wir fügen einen Sound ein für eine harte Sperre der Waffe, also dass deine Waffe komplett gesperrt ist und du musst versuchen, das Ganze wieder zu öffnen, zieh es vor, zieh es zurück, zieh es vor, zieh es zurück, das ist es, einfache Sache, Sound und Animation und das Ganze für hunderte von Waffen natürlich, für hunderte von Kombinationen und das ist eine ziemlich große Sache, auch viele, viele kleine Dinge, die bei solchen Animationen zu großen Veränderungen führen können, also das ist viel, viel, viel Arbeit. Also macht euch gefasst, dass was nicht funktioniert dabei, Sachen werden nicht funktionieren teilweise, aber nein, ich glaube nicht, dass wir Sachen immer brechen, also es ist natürlich in der Entwicklung eines Spiels, dass Sachen nicht funktionieren werden und das ist auch so, dass die Spieler das Gefühl haben, dass wir immer besser werden, dass wir andere Firmen zur Rate nehmen sollen, um unsere Probleme zu lösen, aber ich glaube das nicht, ich halte nichts von, ich kenne meine Leute und ich kenne mein Team und momentan haben wir einfach sehr, sehr viel Erfahrung, natürlich haben wir immer noch sehr, sehr viel zu lernen insbesondere mit den neuen Futures, gerade was das Inertia-System angeht, wir sind momentan in der finalen Testphase für das Inertia-System, es wird momentan, oder es kann jetzt auf das ETS, also auf die Test-Server von AFT kommen, es ist, es ist, wir haben schon vorher Features gehabt, die perfekt getestet wurden, die funktioniert haben, die auf dem Test-Server gehabt haben, die wir auch zeitlich geschafft haben und die geklappt haben, andere Sachen sind reingekommen, die komplett unerwartete Fehler produziert haben, Es kann zum Beispiel sein, dass einige Probleme nur ein, zwei Spezialisten benötigen, um das zu fixen, es kann auch sein, dass solche Veränderungen ein komplettes Desaster auslösen, vielleicht eine ganz kleine Änderung, die minimal ist, aber die die komplette Engine zerstört geradezu und das ganze Spiel sozusagen auf den Kopf stellt, also momentan sind wir soweit, wenn wir das Gesamtkonzept sehen, dass wir über unsere Millionen Seiten von Codes haben und Millionen Millionen Programmierseiten, dass wir momentan sozusagen die Leute aufteilen in viele verschiedene Gebiete des Spiels, um das noch einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Ich habe noch zwei Fragen bezüglich also noch einmal zu der Unmacht, zum K.O.-Status. Ist das nur ein Squad-Future oder wird auch ein Solo-Spieler in der Lage sein, wieder zu Bewusstsein zu kommen? Nikita sagt, ja, natürlich, ist das ein allgemeines Future. Also, für einen Solo-Spieler heißt das nicht, dass dann die Runde vorbei ist. Nein. Also, es kann sein, dass du benommen bist, es kann sein, dass du umfällst, es kann sein, dass du über deine Füße stolperst, es kann sein, dass du geschockt bist, es kann sein, dass du eine Überdosis hast, an Medizin, an Schmerzmitteln, viele, viele Dinge in diese Richtung. Also, das heißt, auch diese Art von Blackout, also die Art von Ohnmacht ist verschieden, je nachdem, was der Auslöser ist dafür. Also, wir möchten auch Squad-Interaktionen hinzufügen, also, dass zum Beispiel jemand dich tragen kann, dass jemand dich aufwecken kann, dass jemand eine Adrenalinspritze in dich dir gibt, damit du wieder aufwachst. Was ist mit dem Defi, wie der Defi benutzt, wenn wir den Defi benutzen können, den Defibrillator? Also, um echt den Defi benutzen zu können, also, also, ich bin mir sicher, dass, dass es viele medizinisch erfahrene Leute gibt, die das Spiel spielen, und die werden natürlich sagen, ach, come on, das wird so, das ist so nicht, das ist nicht real, das ist, das muss man so und so machen, das ist in Wirklichkeit ganz anders, da muss man das und das beachten, um das korrekt zu machen, aber generell ist das so und so, und eigentlich muss erst dein Arm heilen, bevor du ein Defi ansetzt, und weiß ich was, oder, und, aber, also, Defi, also, Defi, sind eher so ein Fantast momentan, also eher so ein Hirngespinst, vor allem, wenn es darum geht, verstorbene Teammitglieder wieder zum Leben zu erwecken, also, das ist eher etwas, was im Battlefield, oder ein Call of Duty reingehört, aber nicht in Escape from Tarkov, so, hat noch jemand was hinzuzufügen, Animations, wegen Animationen, Helme anzuziehen und überhaupt Rüstung anzuziehen, wird das eine Animation bekommen? Also, wir haben geplant, das Verstauen von Items zumindest umzusetzen, ja, ich rede da jetzt aber noch nicht über Animationen, weil, also, ein Helm könnte ich mir vorstellen, das ist eine Animation, den Helm abzulegen und wieder aufzuziehen, ja, aber ich glaube, für andere Ausrüstung ist es keine gute Idee, weil wir haben so viel Ausrüstung, kann er sich momentan nicht vorstellen, aber für den Helm, ja, kann er sich gut vorstellen. Noch eine, noch eine Frage dazu. Du redest oft über, über, über das Spammen von Golden Star und dass man das auf Dauer, dass du das eigentlich nicht verhindern, dass du das eigentlich verhindern möchtest und so weiter. Welche, welche Effekte wird es da geben? Also ich habe gerade heute erst noch über die Unterlagen geschaut, was Überdosis angeht, also verschiedene Arten von Überdosen und verschiedene Effekte, die daraus ausgelöst werden. Also zum Beispiel Deillusionierung, Schwindel, solche Dinge, solche Dinge. Also es sind so viele Sachen einfach. Psychosimulator und ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Psychosimulator in vereinfachter Form natürlich. Aber wir planen schon einige Sachen da einzubauen. Wir haben halt viel Medizin im Spiel. Wir werden auch noch weitere Medizin hinzufügen. Sowas wie Gummi Burst, Gummi Burst. Also da wird noch einiges kommen. Ich habe noch eine interessante Frage. Nikita, ob es inverse Cinematics gibt. Cinematics? Weißt du nichts über das? Inversive Cinematics? Also wir haben Inversive Cinematics wieder entfernt, weil es sehr viel Performance gefressen hat. Möglicherweise mit der neuen Engine, mit Unity 2019. ist es wirklich diese Animation wieder, Cinematics wieder reinzubringen und vielleicht können wir das reinbringen, optional. Aber also möglicherweise eine Option anzubieten, dass wir diese Animation oder diese Cinematics einschalten können. Wenn man das einschaltet, wird es aber für diejenigen, der diese Option einschaltet, eine komplett andere Spielerfahrung sein. Und wissen wir nicht mal, ob das funktionieren wird mit der neuen Engine. Wir werden erst mal gucken, ob das Performance Einbrüche geben wird oder nicht. Aber ja, wir werden das auch testen. Okay, perfekt. Well, there you go. This is your answer. Inversive Cinematics. Ich habe noch eine Frage zu dem reduzierten oder zu dem Thema der Loot-Veränderung. Dynamischer Loot, reduzierter Loot, High-Value Loot, High-Value Runs, also Loot Runs. Wir haben ja jetzt eine Veränderung gesehen, was jetzt hochwertige Items angeht, dass die ja schon genervt wurden sozusagen. Also man kann zum Beispiel keine rote Keykarte jetzt einfach so reinstellen für viel Geld. Das geht einfach nicht. Wir sehen momentan, dass die Community trotzdem die Sachen hochpreisig einstellen, um äquivalent sozusagen zu nutzen, wie Grafikkarten oder sonstiges. Also es ist immer noch hochwertig drin. Habt ihr da was vor, das zu ändern, die Trades sozusagen zu balancieren von High-Value Items. Also der hohe Wert der Schlüssel. Also der Wert der Schlüssel ist abhängig von dem Ort. Also du hast den Schlüssel, du hast den Raum, und es ist verbunden und wenn dieser Raum besonders guter Loot enthält, dann wird der Key viel kosten. Und jetzt gerade ist es so, dass diese Gebiete mehr sind. Also ist der Key auch mehr. Also ja, ja, also wir werden diese Gebiete ein bisschen verstärken, ein bisschen boosten. wir möchten wir möchten wir möchten keine übersättigten Gebiete an Loot haben. also zum Beispiel zwei oder drei Gebiete, sonst wird jeder immer da hingehen, da rein rushen und zum Beispiel ein Ledex suchen und so weiter. Wir haben vorhin darüber gesprochen. wir werden wir haben alle Statistiken dazu, wo die Leute hinrennen, wie viel Loot wo spawnt. Wir dürfen das natürlich nicht veröffentlichen, weil die Leute das nutzen würden, um neue Möglichkeiten zu finden, das Game sozusagen zu cheesen, diesen Loot zu finden. Aber wir werden neue Gebiete hinzufügen, also neue Point of Interest in verschiedenen Gebieten hinzufügen und wir werden nicht es nicht preisgeben. Wir werden es euch nicht sagen. Also es ist sozusagen etwas, was herausgefunden werden muss, zum Beispiel ein gutes Spiel, was am Beispiel ist, Even Line. Also das zum Beispiel gibt es Areale, die sehr, sehr speziell sind und nur die Clan-Mitglieder wissen zum Beispiel von diesem Bereich und ich mag dieses Konzept, wir haben eine große Welt, verschiedene Gebiete, verschiedene Taktiken, verschiedene Mechanics und die du entweder, die du kennen kannst, aber für dich selber oder für dein Team nutzen kannst. Das ist halt Wissen. Das ist Wissen. Also es geht nicht darum, über Exploits oder über Fehler am Code an die Sachen ranzukommen, sondern ganz normale Futures, die vom Spiel aus so gedacht sind, Gebiete, die du für deinen eigenen Vorteil nutzen kannst, die du für deine, für deine, als Schatztruhe sozusagen nutzen kannst, um deine Sachen zu horten und so weiter und so fort, von denen aber sonst niemand was weiß. Habt ihr jetzt, wo diese Änderungen vorgenommen wurden, festgestellt, dass die Spieler sich in neuen Bereichen fokussieren und es da neue Kämpfe geben wird, mehr Kämpfe geben wird momentan? Also momentan ist es so, dass die Anzahl der Kämpfe, die Anzahl der Kämpfe hat stark, stark, ist stark gesunken, aber die Anzahl der Gebiete, wo die Spieler hinlaufen, um zu fighten, ist stark gestiegen und wir versuchen jetzt diese beiden Punkte wieder aufeinander zu bringen. Daran muss gearbeitet werden. Ja, momentan sieht es so aus, ob es ein Nerf ist, dass es vielleicht ein negativer Effekt ist für die Spieler, aber es wird definitiv Sachen geben, um das zu balancieren, wie es dir schon immer gemacht hat. Du musst verstehen, du musst verstehen, dass es sein könnte, dass der Loot plötzlich tot ist, dass er weg ist. Zum Beispiel ein Event, das ist ein Event, wo wir Medizin komplett entfernen. Oder dass wir große Teile im Spiel einfach rausnehmen als Event. Oder zum Beispiel High-Level-Loot-Bereiche, die offen sind, wo du keine Schlüssel mehr brauchst, wo die Räume einfach offen sind. Also solche Dinge werden sich immer verändern in Zukunft. Und ja, natürlich wird es einige Sachen geben, die stabil sind und die immer so bleiben werden. Und ja, wir wollen das Spiel ja auch, wir wollen das Spiel, wir wollen das Spiel aber nicht jedes Mal so spielen, dass es immer wieder auf dieselbe Art und Weise gespielt werden kann. Natürlich wird es so eine Grundrichtung geben, dass es immer dasselbe ist, aber man muss sich immer anpassen. Ich glaube die nächste Frage passt so in das Ganze rein, in diese Dynamik, die sich ständig ändert, dass immer sich Sachen verändern und so bitte, Sigma. Ja, wir haben schon öfters über den Kappa-Container gesprochen. Kappa, Level 70, viele Leute haben sich aufgeregt mit diesem Cover-Level, Kappa 70. Wir haben das Gefühl, dass wir mehr Quests haben, um unseren Level zu erhöhen. Also, die Gerüchte über einen neuen Container sind ja auch gestiegen und so weiter. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man entweder sein Level boostet oder dass man früher einen neuen Container bekommt. Also, wir überlegen immer noch, was ein neuer Container wieder genau funktionieren wird, wieder genau arbeiten wird, wie ein neuer Container, wie viele Slots, wie viele Slots, wie viele Slots haben wird, also zum Beispiel vier mal vier. Wenn er vier mal vier ist, dann ist es zu groß. Also, wahrscheinlich wird es so etwas sein wie drei mal drei oder eine zusätzliche Reihe dazu, vier mal drei zum Beispiel, oder zum Beispiel drei mal drei mit einer zusätzlichen Reihe, wo man nur Medizin reinmachen kann. also das Ganze ist noch in der Überlegungsphase. Wir wissen ja noch nicht, wie es sein wird. Wir wollten es in 12.12 hinzufügen, den neuen Container, aber vielleicht wird es sogar 12.12, vielleicht wird es 12.12. Was die neuen Quests angeht, ich glaube, die neuen Quests, die wir hinzugefügt haben, sind schon relativ zahlreich. Wenn ihr glaubt, das sind noch nicht genug Quests, dann können wir nochmal drüber nachdenken. Werden die Dailies XP geben? Ja. Dailies, Weeklys, Monthlys werden also Erfahrungen geben? Also können die Leute auch das nutzen als Boost für ihren XP, für ihren XP Boost? Okay. Eine Sache, die wir auch mal besprochen haben, was sein könnte, dass es Dailies, Weeklys und Monthlys nur für den Skiff gibt, um deinen Skiff-Karma zu verbessern oder auch zu verschlechtern, wenn der Spieler ein negatives Skiff-Karma möchte. Hast du mal über sowas nachgedacht? Ich habe nicht drüber nachgedacht, weil alle neuen Aktionen, alle neuen Aktivitäten bezogen auf Skiff sollen später in das Skiff-DLC kommen. Also momentan habe ich über weitere Skiff-Mechaniken in dieser Art nicht nachgedacht, außer natürlich Veränderungen des Karma-Systems, nach Voraussetzungen oder Möglichkeiten deins Karma zu erhöhen oder zu niedrigen. Aber das ist auch schon alles erstmal. Also das heißt, ihr habt schon definitiv drüber nachgedacht und wie das Ganze auch eingeführt wird, aber es wird aber es wird auf jeden Fall jetzt nicht implementiert, aber für mich reicht schon die Information, dass ihr über sowas nachgedacht habt. Ja, weil das Skiff-DLC sieht zum Beispiel verschiedene Aufgaben vor für die Skiffs. Vielleicht wird es auch zusätzliche Trader geben oder neue Upgrades geben der Trader, die dir Möglichkeiten geben zum Beispiel als Skiff Gear zu kaufen. Also es ist noch sehr, sehr weit weg. Aber ja, viele Möglichkeiten in Bezug auf Skiffs. Ich möchte immer noch mal über Dynamic Loot reden, weil immer noch ein paar Leute sind ein bisschen unsicher, was das Thema angeht. Also wir möchten gerne deine Vision verstehen. Du hast vorhin so erzählt, es ist ähnlich wie Pilze, also zum Beispiel, dass es Areale gibt, wo sich dieser gute Loot befindet. Also dynamischer Loot heißt nicht, dass der Loot überall sein kann, sondern Random Loot heißt, dass es an bestimmten Bereichen sein kann. Ist das korrekt? Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, also momentan ist es so, dass ihr bestimmte Gebiete suchen müsst, bestimmte Areale, bestimmte Bereiche, um bestimmten Loot zu finden. Also nicht nur einen Raum, sondern eben den Bereich um den Raum herum, im größeren Bereich. Also vielleicht muss ich nicht so vorstellen, dass jeder Punkt, wo Loot spawnen kann, Teil eines großen Netzwerks ist. Und jeder Loot-Punkt ist sozusagen ein Teil im Netz. Das ist ein etwas komisches Beispiel, aber das Prinzip ist, dass eben Loot nicht mehr an bestimmten Punkten spawnt, sondern in bestimmten Bereichen, nicht auf der ganzen Map, sondern in bestimmten Arealen, in einem Teil eines Gebietes, dass da eine sehr hohe Chance ist, dass ein Item spawnt. Ich hoffe, dass es damit klarer geworden ist. Können wir GPUs, Grafikkarten, können wir Grafikkarten wiederbekommen in Computern? Wir hätten gerne Grafikkarten wieder in PCs. Lass mich mal gucken, was da die Statistik sagt. Also es gab Grafikkarten in Computern, die Wahrscheinlichkeit war sehr, 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 sehr gering, aber diesen Vibe habe ich nicht eine einzige Grafikkarte gefunden. Ich glaube, die Grafikkarten wurden komplett rausgenommen aus PCs. Ich check es gerade, ich check es gerade. Ich gucke mal, ob Grafikkarten in PCs spawren können. Also ich würde mich freuen, wenn die Grafikkarten wieder im PC spawren, das ist wie so ein Lotteriesystem. Du suchst einen PC und hast eine gewisse Chance, da eine Grafikkarte zu finden. Finde ich sehr, sehr spannend. Also gefühlt war es vorher unter einem Prozent in so einem PC. Also wenn du mal eine Grafikkarte im PC gefunden hast, war das so was Besonderes. Also es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Alle sehr erstaunt. Also in der Liste im PC ist es noch vorhanden. Also hier Videokarten. Die Chance ist ziemlich klein. Die Chance ist ziemlich klein. Ich glaube, gestern haben wir den Loot sehr, sehr krass gesteigert. Also die Chance von Loot wurde gestern sehr, sehr, sehr stark erhöht. Und wir versuchen wieder die Sachen zu balancen. Balancen. Aber die Chance einer Videokarte im PC 0,6% hast du momentan. 0,6% Er verändert das gerade. Ich werde verrückt. Was? Er verändert das gerade live hier. Er verändert gerade er hat gerade die Lootrate verdoppelt auf 1,3%. Also ab sofort Spawnrate von Grafikkarten in PCs 1,3%. 1,3% ab jetzt. Wie einfach das ging, oder? Wie einfach das ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Nikita. Die Community wird sehr glücklich sein darüber. PCs durchsuchen. Ja, und was das Ganze auch angeht mit Balancing und High Loot Areas. Ich glaube, es ist einfach gut, neue Gebiete hinzuzufügen, Chancen zu erhöhen, Chancen zu erniedrigen. Du hast, oder ihr habt Zeit, auch Feedback zu geben, was das Ganze angeht, weil wir sind momentan noch am Analysieren der Statistiken, der Hotspots, was, wo, wie passiert und wir würden uns über euer Feedback interessieren. Zum Beispiel ist es gut, aber erhöht die Chance der Videokarte in PCs. Zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, mit den neuen Veränderungen haben wir wie soll ich das im Englischen sagen, also ein an wir wollten halt kein anderes also das Items komplett fehlen, wird erhöht doch die Loot-Chance von diesem Item, gebt uns das als Feedback, das würde uns sehr interessieren. Gut, wir haben noch eine Community-Frage, und zwar, ich weiß, dass wir schon intensiv über Dailies, Weeklys und sowas gesprochen haben, aber bald oder auch sehr bald, sehr, 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 sehr bald, vielleicht auf meinem Twitter werde ich das mal posten, was wir machen möchten, ist ein Reddit-Thread, wo ihr Vorschläge machen könnt, über tägliche, wöchentliche oder monatliche Missionen, also, das ist eine Möglichkeit, wo Quests gesammelt werden können, wo Nikita auch reinschauen kann, wo das Team reinschauen kann, ja, wir werden da auf jeden Fall reinschauen, wir, wir, wir haben vor, richtig viele dynamische Quests zu starten, wir brauchen einen großen Pool an Ideen, an Quests, ich glaube, wir haben viel, viel schon in petto für diese zukünftigen Quests, aber wenn ihr Interesse habt, da was zu teilen, Ideen habt für eine Quest, schreibt es auf, schreibt es auf, also jetzt ist auch die beste Gelegenheit, weil wir sind immer noch in der Entwicklung, es wird immer noch mitten in der Production von diesen Dailies, Weeklys, also, jetzt, jetzt uns die Ideen schreiben, ja, also eine gute Möglichkeit, wird der Reddit-Thread sein, den wir nachher aufstellen, und da könnt ihr eure Ideen reinschreiben, also Vorschläge, über, auch allgemein Vorschläge, vielleicht sowas wie Spawn-Raten, wo was spawnen soll, wie Nikita auch gerade gesagt hat, es ist die beste Möglichkeit, denke ich, solche Informationen geschlossen und vernünftig rüber zu bringen, ist eine schöne Art des Kontakts zu BSG, sowas zu übergeben. So, der nächste Punkt, Streets, Streets of Tarkov, Streets of Tarkov, eine der größten Locations, in fact, die größte Location, und es wird größer, als all die Maps, die wir in Tarkov zusammen haben, so, also es ist eine Vermutung, wir vermuten ja, dass Streets of Tarkov in vielen Teilen kommen wird, in vielen kleinen Teilen, wir wissen ja, du hast ja bereits gesagt, dass 10 bis 15 Spieler am Anfang starten werden und das wird immer weiter erweitert, dass mehr Spieler drauf können. Wie glaubst du, dass sich das entwickelt, beziehungsweise noch was anderes? Wir haben das Video gesehen von Streets of Tarkov. Ist dieses Video die Sektion, die als erstes released wird? Ja. Ja. Also natürlich, wir machen Streets of Tarkov aus verschiedenen Blickwinkeln wird das Ganze entwickelt. Wir möchten eine wirklich detaillierte Map erstellen und eine sehr, sehr komplexe und große Map, gucken uns dann sozusagen Keypoints raus, spezielle Punkte in verschiedenen Bereichen und verbinden dann diese einzelnen Bereiche und erweitern das Ganze dann im Detail, um am Ende des Tages alle Punkte zu verbinden und alles sinnvoll zu kombinieren. Also es wird sozusagen ein ständiger Prozess. Also es ist nicht so, dass wir von einer Stelle aus starten und dann alle Richtungen, sondern wir starten aus vielen verschiedenen Richtungen und das Ganze wird sich dann sozusagen im Laufe der Zeit verknüpfen in ein sehr, sehr großes Gebiet, in ein sehr großes und detailliertes Areal. Was wir im Teaser gesehen haben, ist wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil von dem, was schon fertig ist. Wir möchten euch natürlich nicht alles zeigen und es ist immer noch auch viel zu viel. also jedes Gebäude ist einzigartig. Das ist, es ist, also ich weiß, wir, wir könnten zum Beispiel sagen, nur, wir machen nur eine Location, zum Beispiel nur Streets of Tarkov und das Spiel wäre super. Machen nur diese Location und das Spiel ist fertig. Wir haben schon lange über Streets of Tarkov nachgedacht und darüber nachgedacht, dass es halt was, was ganz Großes und Einmaliges wird und das war immer so das Herzstück des Ganzen und deswegen, das ist auch der Grund, warum wir immer versucht haben, erst die anderen Areale fertig zu machen. Also nicht, dass sich sozusagen alles immer auf Streets of Tarkov fokussiert. alles, was wir bis jetzt in Erfahrung gesammelt haben, was wir bis jetzt kreiert haben, die ganzen Erfahrungen, die wir im Spiel gesammelt haben, werden jetzt gebraucht, um diese neue Map zum Laufen zu bringen und auch für viele Spieler zum Laufen zu bringen. Also diese, diese hohe, dieser hohe Detailgrad, die Landschaft, es ist gar nicht mal so das Problem. Das Hauptproblem wird es sein, das Ganze flüssig zum Laufen zu bringen für viele Spieler, die komplett viele, verschiedene Aktionen, verschiedene Dinge tun werden auf dieser Map und dazu noch die vielen, vielen Skeps, die da rumlaufen. Loot ohne Ende. Also ihr könnt euch vorstellen, wie schwer es ist, zum Beispiel den Loot, also die Menge des Loots, die Menge des Loots in Streets of Tarkov wird natürlich wesentlich höher sein als auf jeder anderen Map. Die Frage ist jetzt, warum gehst du auf eine andere Location? Wenn du doch alles in Streets finden kannst, warum willst du noch auf eine andere Location gehen? Das ist auch eine sehr wichtige Frage, wie wir das alles implementieren. Wie kriegen wir das hin, dass es interessant wird? Auch vielleicht interessanter als eine andere Location, aber ohne überdurchschnittlich stark zu sein, dass man nur noch diese Location besucht. Also das ist eine sehr challenging Sache und ja, wir fokussieren uns momentan gut auf Lighthouse und versuchen Ende des Jahres da auch mit durchzukommen und einige Leute, also ein guter Teil konzentriert sich auch auf Streets of Tarkov weiterhin. Und momentan ist wie gesagt nochmal der Schwerpunkt darauf, das Spielbad zu machen, die Performance hinzukriegen, das Ganze flüssig zu machen. Bist du zufrieden mit dem Progress von Lighthouse momentan? Ja, also schon. Ich bin nicht super glücklich. ich bin nicht super glücklich. Es kann jetzt nicht schon direkt mit dem Inertia-System und so weiter. Es wird ein bisschen verschoben, das Lighthouse-System. Also zum Beispiel, zum Beispiel der Leuchtturm selbst wird erstmal geschlossen sein. Da wird man erstmal den Bereich nicht betreten können. Wir wissen ja, dass wir einen Händler bekommen werden in Raid, dass wir mit diesem Händler interagieren können und diese Händler-Mechanik, diese In-Game-Händler-Mechanik ist noch nicht so weit fertig, noch nicht so weit implementiert, dass sie komplett freigegeben werden kann. Willst du ein Boot nehmen können zum Lighthouse? Nein, 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 nein. Wir haben zwar dieses kleine Schmugglerboot, vielleicht müssen wir das auch mehr nutzen, vielleicht verbinden, vielleicht, wie soll ich sagen, vielleicht das manövrierbar zu machen, dieses Schmugglerboot. Vielleicht so ein kleiner kleiner Wotter, ich brauche kein Wotter, ich schwimme rüber, ich schwimme schon, okay. Also so ein Zwei-Mann-Fahrzeug, einer sitzt vorne, mit einer Gitarre und dahinter er rodert, ja, das könnte sich schon cool vorstellen. Wird das Stärke leveln, wenn du roderst? Stärke leveln? Jetzt kommen wir zu deinen wichtigen Fragen, gesagt, Sigmar. Dann gehen wir nochmal zu Lighthouse. Lighthouse soll ungefähr halb so groß sein, wie Shoreline. Ist das so wie Shoreline am Anfang, dass erste Hälfte released wird und wird es dann größer oder soll das so bleiben? Also der, es ist einfach der maximale Bereich, den wir haben können. Also es ist, einige kleine Bereiche werden noch geschlossen sein und später geöffnet werden, aber die meisten Locationen werden von Anfang an zu begehen sein. Okay, perfekt, ist das noch eine Frage, die noch jemand hat hier? Ja, ist das eine Frage, oder? Nein, das wird ein Aber wir haben das was cool ist, Flugzeug wurde programmiert als komplett verwendete Technik, da war ein Puhlmöt, man konnte siedeln, dann ging es und das Puhlmöt sagt, nein, 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 Ich glaube, ich weiß, was er erzählen will gerade auf Russisch. Ich bin mal gespannt, wie Sneaky das übersetzt. Aber sehr, sehr, sehr lustig, wie gerade niemand was versteht hier. Die Sigma, Sigma komplett raus. Okay, um das mal kurz zusammenzufassen, was Sneaky da gerade gesorgt hat. Also es wird vier Bosse auf Lighthouse geben, die sind bestätigt. Sie haben ähnliche Mechaniken wie der Boss auf Reserve. Es ist momentan, zumindest, du wirst mit deinen Kollegen auf das Fahrzeug auf den Stand. Ach so, okay, der Zug. Also der Zug wird begehbar sein und wird auch losfahren. Du wirst in der Lage sein, den Zug zu verteidigen. Du wirst in der Lage sein, den Zug anzugreifen. Es wird Raketenwerfer geben, die den Zug angreifen, mit denen du den Zug verteidigen kannst. So ist es von Anfang an, oder im Ursprung geplant gewesen. Momentan ist das nicht geplant, dass es direkt implementiert wird. Aber es kann gut sein, dass es in der Zukunft wieder kommen wird. Wenn wir schließlich irgendwann mal alle Locations kombinieren werden, momentan ist es noch weit weg dieser Gedanke, dass wir es schaffen, jetzt alles zu kombinieren, aber dass dann wieder diese Idee des Zuges kommen wird. Wie viele Spieler können auf Lighthouse? Wie viele Spieler können auf Lighthouse? Momentan nicht viele? Zehn bis zwölf nur. Nur zehn bis zwölf Spieler auf Lighthouse. Das ist einfach aus dem Grund, weil diese Location ist mehr länglich aufgebaut. Es ist also nicht so quadratisch, sondern eher schlauchförmig. So ähnlich wie Customs früher, diese schlauchartige? Ja, genau. Genau, so ähnlich wie Customs. Ich glaube, Shoreline war ganz am Anfang auch so ein bisschen bananenförmig, bevor die anderen Teile hinzugefügt wurden. Ja, genau, es war so ein halbes Quadrat und Lighthouse wird sozusagen Shoreline wird auch auf dieser Lighthouse-Location sozusagen sein und anknüpfen. Es ist vielleicht wie so ein Strand, wie so ein länglicher. Ihr werdet es sehen, ihr werdet es sehen. Wir werden bald Screenshots raushauen. Vielleicht gibt es sogar einen Trailer. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt Trailer erstellen für Lighthouse, bevor wir nicht den ganzen Inhalt fertig haben. Die ganzen Bosse, den Lighthouse-Trader. Also, es wird halt alles am Anfang nicht hyper sein und deswegen überlege ich, ob wir überhaupt einen Trailer machen, wo man nur einen Teil sieht. Also, vielleicht machen wir einfach einen Podcast, wir spielen das dann live im Stream und zeigen euch, wie es dann sein wird. Wir möchten keine super coole Präsentation machen, sondern sozusagen dann live zeigen und euch den Teil dann zeigen. Wir haben noch zwei, zwei interessante Fragen. Zwei interessante Fragen noch, die wir gesammelt haben. Und zwar, hast du Piano gespielt? Ah, gab es Instagram-Posts letztens? Hast du Piano gespielt? Ja, ich war in der Musikschule. Ich habe jahrelang Piano gespielt. Jahrelang. Ist es deswegen, warum du so gut spielen kannst? Oder ist es deswegen, warum die Songs so gut sind, die ihr macht, also eure Songs in EFT? Ja, es ist so, dass ich in der Schule schon sehr viele Techniken und Techniken generell über Musik gelernt habe, über Harmonie und dieser kreative Prozess kommt eigentlich eher woanders her. Also, ich wusste nicht genau, was ich tun muss. Es ist mehr so intuitiv aus dem Änderen kommen, sozusagen aus dem Nichts. Ja, du hast das letzte Mal eine Auszeit genommen. Du warst außerhalb des Büros eine Zeit lang. Du hast einen Instagram-Account. Also, würde gerne deinen Instagram-Link posten hier im Chat. Aber, also, wann war das letzte Mal, dass du wirklich eine Pause gemacht hast? Wirklich Urlaub oder eine Pause? Also, also, eine richtige, richtige Pause? Acht years. Vor acht Jahren. Acht oder achtzehn sogar. Also, es war zu einer Zeit, wo ich komplett überladen war von der Arbeit. Komplett überladen. Momentan ist es so, ich mache mir am Montag immer eine kurze Auszeit von vier Stunden, schieße ein paar Waffen und das war's. Das ist mein Urlaub sozusagen. Ansonsten arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist eigentlich alles. Außerdem übe ich auch sehr, sehr viel, um gesund zu bleiben im Kopf. Viele verschiedene Dinge üben, viel machen. Ich möchte schon einen Urlaub machen, also eine Pause machen. Aber es ist unmöglich dieses Jahr. Also, bis Ende dieses Jahres ist auf jeden Fall unmöglich, es ist so viel zu tun. Aber, aber hoffentlich, und das wäre eine richtig coole Sache, wir haben keine Party gemacht seit einer langen, langen Zeit. Also, es ist schon eineinhalb Jahre her, dass wir die letzte Party gemacht haben im Team bei Battlestate Games. Wir haben keine Neujahrsparty gemacht, wir haben keine Sommerparty gemacht und vielleicht hoffentlich in den nächsten Monat, oder vielleicht Ende diesem Monat, wenn wir endlich eine Party feiern können, wo alle mal auch zusammenkommen können und sich kennenlernen können, die sich alle noch kennenlernen konnten über die Corona-Zeit. Also, eine große Party, einfach mal, um einmal kurz durchzuatmen, Energie zu tanken und wieder weiterzumachen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache für das Team. Und wir hatten das schon wirklich eineinhalb Jahre nicht mehr. Es ist ziemlich übel, im Team zu arbeiten, in einer Firma zu arbeiten, auch wenn es nur eine kleine Firma ist. Es ist einfach unglaublich wichtig, sich zu networken, Teambuilding aufrechtzuerhalten, auch mal betrunken zu werden und ruhig auch mal sagen, alles, was man sagen wollte über seinen Vorgesetzten im betrunkenen Zustand, das gehört auch mal dazu, sagt er. Ich habe noch eine Frage, und zwar, was ist dein Lieblingsessen? Also, ich mag asiatisch. Sushi, Sushi, asiatisch. Ich liebe Fische. Ich bin in Kanschapka geboren, überall gab es damals Fische und ich liebe Fische. Ich bevorzuge auch Fische komplett gegenüber Fleisch. Das ist es. Also, mein Lieblingsessen, vielleicht sogar Sushi. Vielleicht sogar Sushi. Was Sandwich angeht, was mein Lieblingssandwich ist, ich liebe Club-Sandwiches. Also, mit Ei, mit Speck, das ist mein Lieblingssandwich. Also, vor zehn Jahren ungefähr habe ich Subway geliebt. Also, es war einer meiner Lieblingsrestaurants. Aber, aber momentan, momentan versuche ich eher noch gesünder zu leben und ja, das ist der Fokus. An welcher Waffe arbeitest du gerade? Es ist ein Träger für die M&R, für die M&R. Und ja, ich arbeite gerade dran, das Ding da rauszukriegen. Irgendwas noch zu fragen, Nikita? Vielleicht noch. Nikita, wenn du ein Spiel machen könntest, was, das vielleicht jetzt, also kein Action-Adventure, kein, kein Shooter, welches Spiel würdest du machen? Ein Spiel. Also, irgendein Spiel so mit alten Schiffen, Piraten, im Piraten-Zeitalter. Also, ein Hardcore, Hardcore, Hardcore-Simulator. über das Piraten-Zeitalter vielleicht, mit Piraten-Schiffen, alten Schiffen. Also, es geht um alles dabei, um das Reisen, die Ökonomie. Ich liebe diese Ära von damals, in der Geschichte und ich habe schon immer die Spiele gelebt, die in dieser Zeit damals gespielt haben. Tatsächlich mag ich sehr, sehr viele Sachen, aber das ist das Erste, was mir einfällt. Es ist nicht ein Spiel, was ich jetzt auf jeden Fall bevorzugen würde oder was ich gerne machen würde, aber es ist das Spiel, was mir als erstes eingefallen wird. Ich hätte vielleicht sogar viele Ideen, ein Fantasy-Spiel zum Beispiel, wo, ähm, eine Fahrzeug-Simulation, so ein Tuning, super Hardcore, aber es muss Hardcore sein. Es muss Hardcore sein. Ich liebe die Idee des Hardcore-Prinzips und ich möchte nichts anderes machen aus Hardcore-Games. You've got a comment, 10 out of 10 would play Sea of Tarkov. As I called it in some podcasts, Escape from Tortuga. Escape from Tortuga. Escape from Pirates. Weißt du, wenn die Bosse im Leuchtturm mit Schiffen anreißen können und sowas, ne? Halloween-Event of some sort? I'm sure the Pumpkinheads will come back. Halloween-Event geplant? Ich hab's komplett vergessen. Ich hab's komplett vergessen. Ich muss das sofort aufschreiben. Oh, gut, dass du das sagst. Ich hab Halloween komplett vergessen. Ja, ich würde gerne, ähm, äh, also, wir wollen nicht alte Events wiederholen. Es kommt immer was Neues. Es kommt immer was Neues. Und ja, ich schreib mir das jetzt auf. Ich schreib mir das jetzt auf jeden Fall auf. Also zum Beispiel das Schwein in Shoreline, dass das plötzlich rumläuft, dich angreift oder wenn du in den Raum reingehst und das Schwein liegt nicht da drin, dass du weißt, oh, das ist irgendwo um dich herum, ne? So was wäre auch ganz spannend. Die Gilla-Mask und die, ähm, die Kombinationsmöglichkeit mit den Kopfhörern und so weiter. War das beabsichtigt oder war das ein Bug? Also nein, es ist, das Ganze ist, ähm, bekannt gewesen und ja, mehr möchte ich dazu sagen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt zum Skev-Karma. Es gibt viele Leute, die wirklich jede Menge an Skev-Karma bekommen haben und es gibt nicht wirklich viel an Bestrafungen, also, wenn man andere Skevs tötet, gibt es nicht die krassen Bestrafungen, ist da was geplant. Aber es gibt eine Mechanik, dass du, wenn du viel Karma hast und ein Skev tötest, dass du sehr, sehr viel bekommst, sehr, sehr viel Strafe, eine sehr hohe Strafe bekommst. Aber, ja, das ist eine gute Idee, wir können das auch implementieren, dass du eine hohe Strafe bekommst, wenn du ein anderes Skevs tötest. Ich schreibe mir das eben auf, implementieren wir jetzt sehr, sehr gerne. So, alles über sogenannte Kultisten und so weiter. Es bleibt im Geheimen, es wird nicht neue Informationen momentan darüber geben. Ich weiß, ich weiß von nix. Hast du irgendwelche Trends gesehen in Tarkov? Neue Trends? Heatmaps für Tarkov oder irgendwas, was so neue Sachen, die dir aufgefallen sind vielleicht? Also, tatsächlich habe ich das nicht mal mitbekommen mit den Heatmaps. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in sozialen Medien oder Social Media gar nicht so sehr integriert. ich habe so viel Arbeit, ich bin so fokussiert auf meine Arbeit und ich habe ja auch vorhin gesagt, also, Aktionen zeigen mehr als jedes Wort und deswegen, ich bin am Arbeiten und will vorwärts kommen. Und wenn da irgendwas ist, beschreib es gerne mir, dann weiß ich, was du meinst. Ja, so mit den neuen Patchen, mit den ganzen neuen Events. Ich denke, das haben die Leute alle generell sehr, sehr interessant gefunden, also die ganzen Patches, die ganzen Events. Die Mutant war sehr, sehr cool, also viele Leute, sehr, 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 sehr interessant. Auch, es passt, es passt halt gut ins Spielaltern generell rein, die Mutant, also auch eine sehr, sehr schöne Erweiterung der Waffen. also in diesem Wipe, so ein Main Trend sozusagen ist, dass mehr BP benutzt wurde, also die Werte von der BP, der Preis, die Penetration und so weiter und so fort, sehr viele benutzen BP, auch weil andere Munitionsarten genervt wurden, das ist eine ganz klare Tendenz, also entweder mit der Mutant entsprechend oder auch mit anderen Waffen, also ist definitiv ein großer Trend zu der BP Munition. Sigma sagt, ja, ich benutze auch nur die Mutant, ich liebe die Mutant, ich spiele gar keinen M4 mehr, ich spiele keine HK mehr, nur noch Mutant. Also jeder benutzt momentan BP Munition, das ist ein großartiger Patch gewesen, das ist schon toll für Leute, die diese Waffengattungen lieben. Was war der Grund, dass man Munitionstypen rausgenommen hat, IP Munition? Das ist derselbe Grund, das ist derselbe Grund, warum wir generell Top-Tier-Munition schwerer verfügbar machen. Top-Tier-Munition soll nicht mehr so leicht zu kriegen sein. Nächste Frage behandelt Spieler-Kommunikation? Ja, also du hast ja schon einiges erzählt über Voice over IP, du hast es ja auch announced, dass es in einem der nächsten Patches kommen wird, Leute freuen sich drauf, die freuen sich, das endlich benutzen zu dürfen, also wir haben, da wurde schon sehr, sehr viel drüber gesprochen, aber eine Sache dazu, eine Frage, wird es für eine Art Händeschütteln geben für Voice over, also eine Art Begrüßung, zum Beispiel so eine Art wie Hallo, Hallo sagen und danach ist man über Voice over IP verbunden, oder es ist reines Proximity, also Entfernungs-Swap. Also wir können das ganze Thema nicht auf Bereiche beschränken, das ist unrealistisch. Also es wird am Anfang ausgeschaltet sein, man muss es aktiv einschalten in den Settings, es wird Tools geben, um Abuser zu blocken, also um Leute, die das missbrauchen, zu muten, zu reporten, also wir haben das jetzt schon in der Demo gesehen und ja, es funktioniert momentan, es funktioniert gut, es wird auf jeden Fall viel, viel Neues bringen, viele neue Geschichten schreiben, es wird sicherlich lustig sein, auch hier und da das zu sehen und mitzubekommen, es wird sicher auch Missbrauch geben, ich hoffe einfach, dass die Community, dass das Alter der Community hoch genug ist im Durchschnitt, dass sie vernünftig mit so einem Future umgehen können, ich hoffe, dass die Community erwachsen genug ist, dass ihr, dass die einzelnen Spieler erwachsen genug sind, ansonsten werdet ihr gebannt und wenn alles nicht funktioniert, nehmen wir Voice over P wieder raus, ganz einfach, wenn es nicht geht, verschwindet es wieder. Also die Wortphrasen für Scafs, also das Phrasenmenü, wo man die Phrasen beinden kann, eben, also das wird für Scafs, es wird erweitert, also es wird so sein, dass man sozusagen regelrechte Unterhaltungen führen kann, oder kontextbezogen Aussagen, zum Beispiel mit dem Y-Knopf, wenn du auf eine Waffe klickst, ah, ich habe eine Waffe gefunden oder sowas. Ne, das meine ich jetzt gar nicht, ich meine wirklich das Menü mit den Phrasenoptionen, das wird für die Scafs kommen, sodass die Scafs das auch machen können. Auf Englisch? Ja, wird auf Englisch sein, aber sie werden auf Englisch sprechen. Ist Voice OLP jetzt Proximity? Ja, wird Proximity VoIP, also, also es wird später irgendwann mal über Headsets funktionieren, über Radio, Radio Systeme, Systeme, und, ähm, aber trotzdem wird das, ähm, Proximity System noch drinbleiben, außer es wird nicht angenommen von der Community, aber Headsets wird es später geben, Radiosysteme, also Kommunikationsmöglichkeiten. Also, würde ich zum Beispiel den Regensound über das Mikrofon einfangen können, um andere Spiele zu stören? Also, es wird Limits geben, natürlich. Wir versuchen, das System so nutzbar wie möglich zu machen, so, äh, allgemeingültig wie möglich. Wir versuchen ja auch, ähm, Leute, die das versuchen, die das System auszunutzen, dann zu stoppen, just for, oh, Dem das Leben schwer zu machen. Oder anders gesagt, ja, ich finde gerade die Wörter nicht, ich sage da. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. ich übersetzen. Also, du wirst Leute reporten können im Raid, während dem Raid. Wenn jemand Hardbust spielt, kannst du Escape drücken. Und ihm direkt in der Runde noch reporten. Das wird sofort überprüft vom System, instantly, also sofort. Du wirst, also sozusagen, du wirst irgendwie an diesen Namen rankommen, über den Tag an diesen Namen kommen können, der in der Reichweite ist und dann reporten können, in-game. Du wirst auch in der Lage sein, wenn du in einer Gruppe bist, zu sagen, okay, du mutest alles oder du mutest nur die Umgebung, aber nicht deine Party, dass die Party dich noch weiterhin hören kann, um eine Möglichkeit dir zu geben, auch zu kommunizieren. Gerade für Streamer ist das sicher eine gute Option, wenn sie mit Leuten spielen, die sich auch vertrauen, aber, ja, dass halt andere Leute das nicht mitkriegen sollen, was da gesprochen wird. Okay, noch eine Frage über den Wipe. Also, ich glaube, du hast letztens im russischen Podcast darüber gesprochen. Korrigiere mich, wenn ich hier komplett falsch liege. Aber diese Frage ist wirklich immer wieder gestellt worden. Also, es sind drei Spiele ja geplant. Die Arena, das Arena-Spiel sozusagen, wenn das ist, oder drei Charaktere, den Arena-Charakter, den Season-Charakter und den Endlos-Charakter. Ist das so geplant? Teilweise. Also, dein Main-Account wird nicht mehr Viper sein. Dein Basic-Account ist komplett. Der zweite Account ist ein saisonaler Account. Und dann, der Arena-Account ist was komplett anderes. Der Arena-Account wird, du brauchst das Spiel dafür, also, wenn du es kaufst, dann hast du überhaupt erst den Arena-Account. Dann kannst du die beiden Programme verknüpfen. Also, Arena und EFT können gemerged, verbunden werden und dann erst ein weiterer Charakter in der EFT im Hauptspiel werden. Was hättest du von der Idee, wenn man die Events, die momentan ja auf Twitter und so auf den sozialen Medien geteilt werden, wenn diese ingame geteilt werden, über einen Computer, über ein Handy. Also, ja, wir fangen ja schon an, Nachrichten im Spiel zu posten. Also, nochmal, wir haben ein Twitter, welches im Launcher zu sehen ist. Da werden sozusagen die wichtigen Nachrichten gepostet, sodass man auch im Spiel sozusagen über den Launcher die Nachrichten sehen kann. Wir möchten halt, dass Leute selber ihre Nachrichten erkennen und entdecken. Also, ich verstehe, dass es Leute gibt, die man einfach spielen und sich nicht andere Sachen angucken möchten, sich nicht um das Drumherum kümmern möchten, nichts über... Aber zumindest, also, das Minimum ist halt Twitter und im Launcher ist Twitter und jeder, der sehen möchte, was momentan passiert, kann das momentan primär über den Twitter-Account im Launcher sehen. Ihr müsst verstehen, dass sich sowas in Zukunft natürlich auch stark ändern wird, also auch wenn die Events sich verändern, wenn... Es ist... das EFT, was wir jetzt haben, es wird sich halt in Zukunft komplett verändern und... Ja. Wir werden sehen, was dann auch in Zukunft kommt. Irgendeine Frage? Also, noch eine Frage zu Interchange, wenn es okay ist. Gibt es... Ist ein Rework geplant? Interchange? Nein. Wir haben gar keine Zeit dafür. Wir sind ein Lighthouse-Projekt, wir sind in Streets of Tarkov involviert, also wir hätten überhaupt keine Zeit für Interchange. Wir sind komplett ausgelastet mit diesen beiden Projekten. Also, Sigmar, nochmal, wenn du irgendwelche Fragen hast, vielleicht gerade in Bezug auf E-Sport, E-Sport, dann bitte. Also, eine Sache, die ich gerne über E-Sport noch gerne wissen würde, oder erwähnen möchte, ist, erst mal, Dankeschön an Battlestate Games, dass sie E-Sport-Events so supportet haben. Ich weiß, wir hatten jetzt einige Events, Evations hat jetzt gerade die Tore geöffnet für die Anmeldung, American Solos, also, wenn ihr da mitmachen möchtet, jetzt ist die Anmeldezeit. Iron Fist zum Beispiel macht nicht nur mit, sondern hostet das Ganze auch mit anderen Emissären, das wird also auch hier kommentiert. Das Anmeldung ist jetzt offen. NA Solos oder perhaps open up, aber The Hunt, which also, you know, BSG helping out mit, ja, auch beim Event, äh, beim Event, The Hunt hat ja BSG auch stark geholfen mit privaten Accounts und so weiter und so fort. Ähm, kicking off this weekend. The Hunt, ja, Summer Event gibt es noch. Das wird so eine Art Capture-the-Flag-Event, ähm, auch sozusagen ein neuer Modus. auch hier hat uns BSG geholfen mit privaten Accounts, also mit eigenständigen Accounts, die da für extra verwendet werden. Shifty, das Primär Shifty hat noch ein Turnier, momentan wohl ein größeres, am Start. Also wie jede Menge Turniere, die da jetzt auch, ähm, geplant sind. Also nochmal, wenn irgendjemand teilnehmen möchte, irgendjemand Lust hat, mitzumachen, oder wenn dir sogar jemand Lust hat, eigene Community-Events zu starten, ähm, ähm, kommt zu uns, äh, redet mit uns, wir, wir werden euch in die richtigen Wege leiten und, äh, euch da, und euch da unterstützen, was organisieren, vor allem auch promoten. Oder wenn ihr selber Battlestate Games anschreiben möchtet, wenn ihr Events plant, wenn ihr Turniere plant oder irgendwas, wo ihr Kooperationen machen möchtet oder vorstellen könntet mit Battlestate Games, schreibt an info at Battlestate, Battlestate.com, äh, da könnt ihr das auch auf eigene Faust machen. Aber bitte, bitte, wenn ihr, wenn ihr solche Nachrichten schreibt, sorgt dafür, dass die Nachrichten durchdacht sind, dass ihr organisiert seid, dass ihr alles ordentlich strukturiert habt und nicht irgendeinen nicht durchdachten Brief an Battlestate Games schreibt. So, da war noch ein, ganz kurz noch eine Frage zur Geschwindigkeit im Spiel. Inertia, plant ihr noch irgendwelche Veränderungen an dem Inertia-System, so wie es jetzt, äh, wie es jetzt kommen soll? Oder ist da noch was zusätzlich geplant, was die Geschwindigkeit beeinflussen soll des Spiels? Ich gebe dir mal ein Beispiel vielleicht, zum Beispiel Türen eintreten und eine Granate reinzuwerfen, das würde zum Beispiel die Art und Weise, wie man das Spiel spielt, verändern. natürlich bräuchte man dafür wieder die Animationen und so weiter und so fort. Du hast ja vorhin von Animationen gesprochen, wer auch nur, ob da schon was in Arbeit ist. Ja, es ist geplant. Genau, so diese Art von Einführungen, die sind schon in Planung, Animationen, dazu laufen schon, also Animationsarbeiten für solche Systeme. Was jetzt genau in dieser Richtung schon geplant ist, kann ich gar nicht mal so genau sagen, weil es ist noch so viel zu tun. Es ist einfach so viel. Es ist, also ich habe gehofft, dass dieses Jahr leichter wird für uns, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Jahr viel schwerer geworden ist für alle Beteiligten. Ja, ich glaube, das ist nicht nur bei dir so, ich glaube, das ist bei vielen Leuten so. Ich glaube, das fühlen alle, können alle nachvollziehen. Ja, das ist auch der Grund, warum wir hier sind, weil wir auch Arbeit abnehmen möchten und partizipieren möchten, um das Ganze zu fördern und mitzugestalten, Arbeit abzunehmen, aufzuteilen. Ja, vielen Dank, das fühle ich und ich bedanke mich sehr, sehr dafür. Ich bin jetzt erstmal auf den nächsten Patch gespannt. 12.12 wird erstmal der nächstgrößere Patch. Ich glaube, der nächste Monat wird sehr, sehr gut und sicher wird nicht, wird nicht alles 100% sein, aber ich glaube, der nächste Monat wird sehr, sehr vielversprechend. Sehr vielversprechend. wurde im nächsten Mal nicht. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du so viele Fragen beantwortet hast. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr mich eingehalten habt und dass wir sozusagen die Kontakt halten, dass ihr auch ein Gesicht seht, wer das Ganze macht immer wieder. Und ja, vielen Dank für das Feedback, für den Support, für das Zuhören, für eure Fragen. Also ich habe zumindest auch euch Fragen gestellt, weil ich habe eigentlich wirklich alles gesagt, was ich momentan sagen kann. Also das Grundprinzip von mir ist eigentlich, euch zu überraschen. Das ist das Grundprinzip, was ich aufrechterhalten möchte. Und deswegen kann ich nicht so viel preisgeben. Ansonsten ist dieser Überraschungseffekt weg. Wenn wir dann schlussendlich einen Patch uploaden und neu aufspielen, dann ist am Ende keiner mehr überrascht. Deswegen wartet auf den nächsten Podcast. Das wird Tarkov TV. Ich denke, wir werden euch einige neue Sachen dort zeigen, ein paar neue Sachen. Unten auch noch spannend, die Test-Server. Da könnt ihr viele neue Sachen testen. Zum Beispiel die 500 Meter Schattenreichweite wird dort getestet. Momentan ist es ja so, dass der Schatten gelockt wird auf 500 Meter. Es wird nicht eure Performance beeinflussen. Aber es bedeutet, dass ihr die Schatten seht auf langen Distanzen. Dass ihr sozusagen nicht den Schatten ausblenden könnt. Dass ihr nicht Gebäude aufblenden könnt, nur weil die Schatten nicht gezeigt werden. Wenn ihr zum Beispiel denkt, ihr seid irgendwo im Schatten und seid irgendwo im Raum. Und für einen Spieler, der weit, weit weg ist, seid ihr gar nicht im Schatten, um euch dann wegzusnipen. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Ich denke, das ist eine wichtige Veränderung. Was auch kommen wird, ist kein Nebel mehr in Gebäuden. Also absolut kein Nebel mehr. Der wird komplett entfernt aus Gebäuden. Und natürlich Inertia und Voice over IP. Das wird alles auf ETS testbar sein. Wenn ihr das testen möchtet, ist das vor dem Patch schon spielbar. Ist schon zu testen auf den Test-Servern. Nikita, du bist absolut amazing. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir versuchen es dir auch so leicht wie möglich zu machen. Ich denke, das Ganze ist eine schöne Sache. Wir haben immer wieder Fragen, die immer wiederholt werden, immer wiederholt werden, immer wiederholt werden. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir über solche Sachen mal reden können, direkt an die Quelle gehen können. Das ist großartig. Ja, nächstes Mal, fühlt euch frei, das nächste Mal alles zu fragen. Gerade auch von mir aus ruhig über Cheater oder heißere Themen. Also ich freue mich über jede Frage und ich bin immer bereit, solche Fragen, kritische Fragen auch zu beantworten. Also sorgt euch nicht, solche Fragen auch zu stellen, auch zu fragen, vielleicht sind wir ja nicht in der Lage, was zu machen oder können das nicht machen. Also für die, die immer noch sauer sind und ragen, also seid euch bewusst, dass wir, dass es nicht so ist, dass wir uns nicht bewusst sind über die Probleme. Lass es uns erst mal so stehen und das nächste Mal werden wir sehen, wie weit wir gekommen sind damit. Nächste Q&A, das nächste Frage und Antwort, nächste Frage und Antwort zu stehen wird kommen. Und ja, vielleicht können wir da ein paar schöne neue Sachen erzählen und schwierige Fragen vielleicht sogar jetzt in Zukunft einfacher beantworten, weil wir da schon weitergekommen sind. Also kauf eine neue Videokarte und geht gut. So Nikita, wir hosten, wir hosten diesen Podcast alle sechs Wochen, alle sechs Wochen. Wir würden uns freuen, wenn du uns besuchen würdest. Ja, gar kein Problem. Schreib uns auch die Fragen auf. Vielleicht bereite ich sogar ein paar Leaks vor für euch, ein paar Sachen, die ich bei euch leaken darf. Das könnte vielleicht noch interessanter werden für euch. Aber ich sage euch, momentan ist es so, dass der Pool an Informationen komplett leer ist. Wir müssen wirklich noch ein bisschen warten an dieser Stelle auf neues Material sozusagen. Ich hoffe, dass es bald sein wird. Ich bin auch sehr, sehr positiv eingestellt, dass es bald sein wird. Und ja, das ist es erst mal. Viel Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Vielen Dank für die, wirklich für die, für die, für die, für die viele Zeit, die du hier investiert hast. Irgendwelche Abschlusswörter noch? Irgendwas zum Abschluss? So, das war's für heute. Viel Dank fürs Dabeisein. Es war uns eine Ehre, euch dabei gehabt zu haben. Ladies and Gentlemen, auf bald wieder. Nikita, auf bald wieder. Macht's gut, alle. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao Vielen Dank.